Wenn du mit einer vergebenen Frau nicht flirten möchtest, dann hast du kein Selbstvertrauen. Steile These, oder? Ja, und ich werde dir gleich erklären, warum das wahr ist und wieso du flirten anscheinend komplett falsch verstanden hast. Und wie du dir sehr viel Leid in deiner Vergangenheit hättest sparen können und auch in Zukunft wunderschöne Erfahrungen mit Frauen haben kannst und dabei dir keine Sorgen machen musst. Dass du irgendjemanden dabei auf den Schlips trittst, dass du dich unmoralisch verhältst, dass du fremdgehst oder andere zum Fremdgehen anstiftest. Keine Sorge. Das hier ist der Podcast für Männer mit Herz. Das heißt, ich werde bestimmt nicht dir jetzt irgendetwas anderes beibringen, als wie du auf eine herzliche Art mit Frauen kommunizierst. Also herzlich willkommen beim Freundinnen finden Podcast. Und heute diesmal nur mit mir eine etwas kürzere Folge, weil wir die zwischen die Termine so reingedrückt haben, aber dafür auch eine sehr knackige Folge. Also freu dich drauf auf das Geheimnis, das wir jetzt lüften werden, was Flirten eigentlich ist. Warum heißt es, dass du kein Selbstvertrauen hast, wenn du nicht mit einer vergebenen Frau flirten möchtest? Mein Lieber, wenn du sagst, ich möchte doch nicht diese Beziehung gefährden. Ich möchte nicht, dass ich in irgendeine Bredouille komme, wo dann vielleicht irgendwas zwischen uns passieren könnte. Auf gar keinen Fall. Bros before hoes und so weiter und so fort. Warum gehst du davon aus, dass du Fremdgehen einleiten würdest? Warum gehst du davon aus, dass du derjenige wärst, der sie dazu bringt, mit ihrem Mann fremd zu gehen? Wieso gehst du davon aus, dass du nicht genug Rückgrat hast, um dieses Potenzial gar nicht erst aufkommen zu lassen? Ein Flirt bedeutet nicht gleich mit jemandem in die Kiste springen. Es ist einfach nur ein Flirt. Es ist charmant und witzig und ohne etwas von dem anderen zu brauchen, zu kommunizieren. Der letzte Teil ist hierbei der Schlüsselteil, denn ich glaube, den machen die meisten Männer einfach verkehrt. Sie denken, ein Flirt bedeutet, ich will was von ihr. Dementsprechend, wenn ich mit ihr flirte, dann muss auch etwas geschehen. Muss das wirklich sein? Muss denn wirklich etwas zwischen euch geschehen, wenn du flirtest? Oder ist der Grund, warum du bisher mit Frauen nicht so gut flirten konntest und nicht auf diese Anziehungsebene gelangt bist, mit den Frauen, auf die du wirklich Lust hattest, weil du immer zu viel in diesen Flirt hineininterpretiert hast, zu viel dort hereingelesen hast, zu viel Druck dir selber und ihr damit gemacht hast, weil du gedacht hast, ja, jetzt geht es um die Wurst. Das ist dieser berühmte Flirtschalter, von dem wir immer wieder sprechen. Die Männer, die zu uns in die Charisma-Analyse kommen, die sprechen immer wieder davon. Die Frauen, auf die ich keine Lust habe, da kann ich einfach so quatschen und flirten und da läuft die Kiste einfach. Aber wenn mir dann eine Frau wirklich gefällt, gerade sehr erfolgreiche Männer, Männer, die zu uns kommen, die deutlich, deutliche Erfahrungen mit Frauen gemacht haben, die jetzt sich nicht beklagen können in puncto erotische Erfahrungen. Erfahrungen. Aber gerade diese Männer haben dennoch immer wieder dieses binäre Unterscheidungsfeld von hier geht es um die Wurst, hier geht es nicht um die Wurst. Und hier blockieren sie und hier können sie frei fließen. Aber das ist das Problem, mein Lieber. Diese binäre Sichtweise ist das Problem. Der Flirtschalter, der sollte nicht dann angeschmissen werden, wenn es unbedingt, wenn es jetzt wichtig ist. Der Flirtschalter, der sollte immer an sein, mein Lieber. Und das ist eine Erinnerung, wenn du hier schon ein langjähriger Hörer dieses Podcasts bist, ein Zuschauer von unseren Videos, dann wirst du das schon mal gehört haben von mir. Dann sieh diese Folge hier einfach nur als dein Erinnerungsweckruf, als der Alarm in deinem Handy, dass du verdammt nochmal auch das, was du die ganze Zeit gehört hast, implementieren solltest. Denn ansonsten würden wir uns jetzt gerade nicht sehen oder nicht hören, mein Lieber. Stimmt's? Und ja, der Flirtschalter darf nämlich immer an sein. Wenn du das Haus verlässt, wenn du, noch nicht mal das Haus verlässt, wenn du einfach nur aus dem Bett steigst und dich selber im Spiegel schon begrüßt, jeden Morgen machst du das mit einer Mine von sieben Tage Regenwetter oder sagst du dir selber, wir sprechen hier mal wieder von Selbstliebe, bestimmt schon mal gehört, Selbstliebe, Selbstwert, aber wo fängt das Ganze an, mein Lieber? Es fängt in unseren täglichen Gewohnheiten an. Also, wenn du dich morgens schon begrüßt und dabei nicht Wert darauf legst, dass du, du wirst heute einen geilen Tag haben, Hallo, mein Lieber, mit der Attitüde, die dich selber im Spiegel begrüßt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass wenn dann die Frau dir entgegenkommt, die süße Arbeitskollegin, die Frau, der du immer wieder beim Spazierengehen beobachtest, beim Spazierengehen dir entgegenkommt, oder die Frau, der du jetzt heute zum allerersten Mal beim Wandern, Bergsteigen oder Radfahren gesehen hast, wenn du dann nicht, hey, wie geht's dir, sagen kannst, weil du da zu viel Druck drauf gelegt hast, dass in diesen Momenten, jetzt muss es drauf ankommen, dann liegt das an einer ganzen Reihe an falschen Entscheidungen, die du diesen Tag schon getroffen hast. Wir sind, was wir kontinuierlich tun. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du die falschen Gewohnheiten an den Tag legst und jeden Tag dich selber nur in diesem Gedankenkarussell befindest, von, warum klappt das nicht und ich wünschte, es wäre anders, dann befindest du dich in deinem Kopf und nicht bei der Frau. So, das wissen wir schon. Was wir noch nicht wissen ist, wie bin ich denn bei der Frau? Und du bist bei der Frau, das heißt, du bist voll und ganz aufmerksam, anziehend, attraktiv, wenn du vor ihr stehst, indem du genau das schon gemacht hast, wenn du noch nicht vor ihr stehst. Indem du genau das schon gemacht hast, wenn du vor einer Frau stehst, an der du kein Interesse hast. Wenn du genau das, anziehend, attraktiv, charmant, charismatisch, das heißt, deine ganze Fülle, die aus dir herauskommen darf, schon an den Tag legst, deine Freundlichkeit, ja, deine Werte, all das, deine Lustigkeit, deinen Humor, dein Charisma, dein Charme, genau das darfst du uns und auch deine Fehler, genau die darfst du auch zeigen, wenn es nicht drauf hat, kommt. Und auch bei der vergebenen Frau, auch wenn du vergeben bist. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches moralisch daran, jemandem ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Da soll mir mal jemand was anderes dazu sagen. Und ein Flirt ist nichts weiter als genau das. Wenn du denkst, ein Flirt wäre mehr als das, dann hast du flirten nicht verstanden. Ich kann auch mit dir flirten, mein Hübscher. Ja, ich meine dich. Ja, auch wenn du ein Kerl bist. Ja, auch wenn wir zwei nur Kerle sind. Oh. Hast du hier etwa schon unlautere Gedanken, mein Lieber? Nein, pack die weg. Die werden wir jetzt nicht haben. Also, das hier geht auch unter Kumpels. Das ist nicht unbedingt nötig, nur wenn da eine sexuelle Spannung zwischen euch existiert. Das kann auch aus einem Scherz heraus gesagt werden. Ja, wenn du, sagen wir mal, in einem Arbeitskontext dort einfach auf Nummer sicher gehen willst, dann brauchst du nur eine Sache, die anderen nicht wissen, zu tun. Und das ist, dass du diese sexuellen Anspielungen, dass du die erstmal beiseite legst. Die sind nicht unbedingt nötig, um ein Flirt interessant zu füllen. Sexuelle Anspielungen sind ein Flirtelement. Aber die sind eher dafür da, wenn ihr euch schon in irgendeinem romantischen oder spielerisch-datinghaften Kontext befindet. Das heißt, beim Abends kennenlernen. Wenn du sie direkt tatsächlich angesprochen hast, diese fremde Frau, und du hast ihr dein Interesse bekundet, hast gesagt, wow, du gefällst mir, wer bist du denn? Dann, ja. Oder natürlich auch auf dem Date. In diesen drei Kontexten, abends weggehen, auf dem Date, oder du hast eine fremde Frau einfach direkt angesprochen und warst dabei charmant und hast dein Interesse bekundet. In diesen Umständen kannst du selbstverständlich auch sexuelles Interesse zeigen und eine coole sexuelle Anspielung machen, die nicht, und darüber haben wir oft genug geredet, die nicht von ihr das Gefühl verablangt, dass sie sich jetzt irgendwie dir gegenüber Druck ausgesetzt fühlen sollte. Das heißt, du willst nichts von ihr. Wenn ich dir sage, schöne Schuhe, siehst du da schön ganz schön groß aus mit den Schuhen, dann muss ich damit nicht irgendetwas Sexuelles gemeint haben, dann kann das ein Kompliment sein, dann kann das ein Kommentar sein, der einfach so aus mir rauskommt, weil ich gerade nichts Besseres wusste, was ich sagen soll, ist die Wahrheit. Genau diesen Spruch habe ich jetzt gerade erfunden in dem Augenblick. Ich habe einfach nur irgendwas gesagt. Die sexuelle Anspielung, die kann auch ganz, ganz subtil zwischen den Worten stattfinden. Und die muss nicht krass sein. Du kannst dir auch einfach nur bei einem Gesprächsverlauf die Freiheit erlauben, dass du, während du mit ihr redest, du dir vorstellst, wie es wäre, sie zu küssen. Ich spreche hier wieder von Dates, Ausgehen, Abends, eine Frau direkt angesprochen, und du findest sie interessant. Das ist kein lüsterner Blick. Du lernst sie kennen, du bist interessiert, du willst sie wirklich kennenlernen. Und während du sie kennenlernst, entwickelt sich dann vielleicht dieser Augenblick, wo du denkst, wow, sie gefällt mir richtig. Und in dem Augenblick brauchst du es dir nicht selber verbieten, es dir vorzustellen, wie es wäre, sie zu küssen. Das ist okay. Stell es dir kurz mal vor und vielleicht wirst du dann rot, vielleicht lächelst du dann, vielleicht wird deine Stimme etwas abgehakter und du weißt nicht genau, was du sagen sollst. Aber dein Augenkontakt wird dadurch intensiver. Und davon kann auch schon ein Flirt leben. Du brauchst nicht mehr als Interesse und Unabhängigkeit. Das sind die beiden Faktoren, auf die es ankommt, wenn du eine gesunde Beziehung von der ersten Sekunde an aufbauen willst. Interesse bekunden, unabhängig sein. Hey, du gefällst mir. Machst du am Wochenende. Das reicht auch schon an Interesse. Und was ist die Unabhängigkeit darin? Dann, dass du jetzt nicht von ihrer Antwort abhängig bist. Wenn sie sagt, habe ich keine Zeit. Cool. Alles klar. Na dann, werden wir uns nie wieder sehen. Oder du gehst damit anders flirtig um und sagst dir zum Beispiel, warum, was hast du denn vor? Man sagt, ja, da treffe ich meinen besten Kumpel oder da gehe ich auf eine Veranstaltung mit meiner Schwester oder sowas. Und dann kannst du flirtig damit umgehen und sagen, okay, diese Pläne, die musst du fallen lassen. Das Date mit mir wird tausendmal besser als diese Veranstaltung. Okay, das ist auch nicht 100% ernst gemeint. Das ist genauso 50% wie wäre es, wenn wir auf ein Date gehen und 50% natürlich kannst du auf die Veranstaltung gehen. Mach dir keine Sorgen. Das ist das Spielerische, was beim Flirt leben darf. Und dazu brauchst du nicht die richtige Situation vor dir haben. Das kannst du schon bei deinem eigenen Spiegelbild morgens beginnen. Das kannst du mit den Arbeitskollegen, mit den Kerlen machen. Du kannst auch mit der Arbeitskollegin, ohne dass du Angst haben musst, dass das irgendeine Folge mit sich trägt, von der du deinen Job verlieren kannst. Du kannst mit allen flirten, solange du keine sexuelle Anspielungen damit reinpackst und natürlich auf ihre Emotionen achtest. Wenn es ihr gut dabei geht, wenn es dir gut dabei geht, dann kannst du Witze machen, dann kannst du auch mal jemanden aufziehen. Natürlich auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen, ob es jetzt dein Chef ist oder die Arbeitskollegin, die keine Späße versteht, weiß ich nicht. Aber du kennst bestimmt die Arbeitskollegen, wo ein Scherz total in Ordnung ist, weil sie schon mit dir anfangen zu scherzen. Das heißt, du siehst ja auch anhand von dem Umfeld, ob das ein freundliches, soziales, charmantes, lustiges Umfeld ist. Und da darfst du spielen, mein Lieber. Da darfst du experimentieren. Da darfst du mehr aus dir herauskommen. Du brauchst von niemandem irgendein Ergebnis zu erwarten. Ja, das ist das Schlimmste, was du tun könntest, ist zu denken, ich muss sie jetzt verrückt nach mir machen. Ich muss jetzt erreichen, dass sie mir ihre Nummer gibt, dass sie auf mich steht oder sowas. Gerade wenn du diese Gefühl hast, dass du irgendetwas erreichen müsstest oder dass du nicht etwas falsch machen willst, dann bist du an den Punkt gelangt, wo du wahrscheinlich etwas falsch machen wirst, weil du dir selber diesen Druck machst. Also bei aller Liebe, der Hauptimpuls, den ich dir heute geben wollte, ist, entspann dich. Hab mehr Spaß. Fang schon, wenn du morgens aufstehst, an Spaß zu haben. Übertriebene Tonalität, verrückte Fantasien, all diese Flirtelemente, die die Männer, die bei den Flirtspezialisten oder bei uns in der Flirtmasterclass sind, natürlich kennen. Nutz die schon beim Aufstehen. Der Tag darf mit Leichtigkeit beginnen. Der wird nicht erst dann eingeläutet, wenn die Frau vor dir steht. Dann ist es schon zu spät. Und du darfst auch mal einer Person, die du noch nicht kennst, auch mal guten Tag wünschen, wenn du das Haus verlässt. Davon ist auch noch niemandem ein Bein abgefallen. Wir Männer, wir waren schon mal aktiver. Wir waren schon mal mutiger. Über tausende Jahre hinweg. Mit dir stimmt nichts. Also nicht stimmt nichts. Mit dir ist nichts verkehrt. Also bei dir passt alles, will ich damit sagen. Vielleicht stimmt auch nichts mit dir, weiß ich auch nicht. Also mir stimmt jedenfalls nicht alles. Aber mit dir ist alles in Ordnung. Und die Gewohnheit, die hast du wahrscheinlich einfach die letzten 10, 20 Jahre schleifen lassen. Also darfst du wieder reinkommen in diesen Habitus. Flirte mit dir selber. Flirte mit deinen Kumpels. Flirte mit deinem Spiegelbild. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass ein Flirt gleich irgendeine sexuelle Intention beinhaltet. Nein, das tut er nur, wenn du eine sexuelle Intention hast. Und damit, hab Spaß, war vorsichtig und ich sehe dich in der nächsten Folge oder in der Charisma-Analyse, die du in der Beschreibung findest. Tschüss. 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 Tschüss.